Aber auf der anderen Seite wäre dann Amnesia auch wieder mit dabei. Aber ne, ich denke mal, das lasse ich erst mal. Weil Amnesia 2 wird ja jetzt auch hoffentlich bald mal rauskommen. Da warte ich ja schon seit Anfang des Jahres drauf. Wir haben jetzt heute den, glaube 29.04. Ja genau, heute ist nämlich der erste Tag gewesen, wo ich mit dem ersten Apple Face HD die erste Session von H-Bis-Neue-Augen gemacht habe. Also hier aufgenommen und so, weiß Bescheid. Und das Projekt ist, ich denke mal, wenn dieser Part hochgeladen ist, läuft das Projekt auch schon. Es sei denn, ich lade das jetzt irgendwie in einem Geschmack, ist jetzt voll hoch. Aber das glaube ich eher nicht. Das neueste Hauptprojekt bei mir auf dem Thema ist ja derzeit Minecraft. Und das wird auf jeden Fall auch so bleiben. Also erst mal. Muss mal gucken, was da noch so kommt, ne? Das weiß ich ja noch nicht. So. Hui, das macht Spaß. Äh. Muss ich denn jetzt hin? Erzähl mich das mal, bitte. Ach, da hinten muss ich hin. Ja, sag das doch. Das kann ich nicht riechen mit meiner komischen Nase. Hi. Was hast du dabei? Was war's, ein Dildo oder wat? Spricht deutlich mit mir, du Penner. So. Wollen wir gucken, was hier so abgeht. Verbindung. Tony hat von Derek erfahren, dass ein paar Schwanzlutscher schwereres Kaliber durch den Hafen schmuggeln, ohne Provision abzudrücken. Es geht nicht um die üblichen Kamellen, sondern um Militärwaffen, mit denen man auf der Straße ein Vermögen macht. Tony hat mir ein paar Leuten... Achso, Tony hat mir... Was? Tony hat mit ein paar Leuten gesprochen, nicht mit mir, Gott. Ich kann nicht mehr lesen. Ist unglaublich. Tony hat mit ein paar Leuten gesprochen und es sieht so aus, als würde er und ich dieses Ding drehen. Okay, wir müssen den alles abjagen. Hey, wenn ich das hinkriege, könnte das die Chance für mich sein, wieder reinzukommen. Triff dich mit Tony am Hafen, klau diese Waffen, koste es was, Ed Wolle. Wenn wir's hinkriegen? Wenn wir da lebendig rauskommen? Mir soll's recht sein. So, es lädt. Dorykowski. Ja. Hör zu, Joey. Alles läuft glatt, solange wir schön ruhig bleiben. Kann ich den irgendwie, äh, leise ausschalten oder so? Oder soll ich den einfach wegwämmeln? Das war ganz toll. Großartig. Ich war eben auf die harte Tour. Na klar. Geht ja nicht anders. Ha, ha. Watt, 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 watt. Ich bin hier, Hurensohn. Er hat mich erwischt. Bist nicht eingerostet. Natürlich bin ich hier eingebostet, aber ich bin so gut. Vorwärts, Joey. Da ist doch einer, oder? Gut, dass es diesmal nicht auf Zeit läuft. Ich kann sehr gut treffen. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube, ja, ne? Oh, Magnum. Oh, haha. Die nehme ich mit. Die ist mir. Ihr seht ein bisschen blutig aus. So, die Thompson ist mir auch. Aber wir bleiben natürlich erstmal hier bei unserer schönen, äh... Ich glaube, 1911er-Kolz. Ne, Quatsch. Scheiße, da sehe ich nichts. Sehe ich da irgendwas? Ah, die Musik, die ist auch richtig cool. Da sehe ich irgendwie gar nichts. Wo ist denn der Toni? Ich habe keinen Bock, jetzt hier irgendwie nach vorne zu laufen. Und dann bin ich irgendwann tot. Verdammt schon, Mistkirch. Geh, sterben, du Schlappschwanz. Ich wollte sagen, das ist hier aber... Au, 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 au. Ich stelle mich gerade sehr gut an. Scheiße. Und ich habe irgendwas im Auge. Das ist nicht gut. Oh, Junge. Oh, Hilfe. Oh. Mann. Los, Joan. Zeige es Ihnen. Scheiße, wenn man da nicht richtig gucken kann. So. Oh Gott. Einer weniger. Achso, da oben warten wir. Ja, gut. Ist in Ordnung. Verdammt. Ich habe es da hinten gesehen, du Spasti. So. Äh. Das ist keine gute Idee. Das ist jetzt eine gute Idee. Haha. Kopfschuss. Tschüssi. Ich habe einen Frosch im Hals. Ja, ist mal ganz schön, so mal eine Mission zu haben, ohne Zeitaufwand oder unter Zeitung zu stehen. Das ist mal ein schöner, äh, eine schöne Abwechslung, sag ich mal. Ich würde eigentlich gerne mal irgendwie jemanden hier aus der Deckung rauslocken. Irgendwie. Da war doch gerade einer. Ich habe dich gesehen, du Klöten, Heinz. Schön gemacht. Ich habe dich getroffen. Also, ich weiß nicht, wo dieser Tony immer hinschießt, aber der trifft irgendwie besser als ich. Soll ich mir mal Gedanken machen. Oh Gott. Der ist weg. Hi. Und der ist auch weg. Hallo. Hey. Ich habe einen erwischt. Ja, ich auch. Wir haben schon zwei die Einheit des Starts. So. Haben wir es jetzt? Auf jeden Fall bin ich Wounded. Das gefällt mir nicht ganz so toll. Wieso läuft der eigentlich jetzt so langsam? Ist das normal? Scheiße. So, und einer schießt auf uns. Ich sehe bloß keinen Aufm-Radar. Was? Was? Wo? Wollte ich mal ein Scharfschützengewehr? Okay. Da drüben soll also einer sein. Ach da. Selten dämliches Arschloch. So. Der ist weg. Ha. Der hat es nicht anders verdient. So. Ja, lauf doch bitte. Ich glaube, der Joe wird älter. So. Da drüben ist nämlich auch noch einer. Auch sogar zwei. Ha. Wird ja mal besser. Was ist das? Wart, 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 wart. So. Du Arsch. Ich schieße mal jetzt ins Bein. Dankeschön. Sind die irgendwie verbuggt oder so? So richtig treffen kann ich die nicht. Ist das normal? Ist das neu? Nein, das ist mit ein paar Wollgewaschen. Ach, verdammt. Da kommen wir ja gar nicht lang. Fuck it. Hm. Ah, Mann. So. Wir gehen nochmal ein bisschen weiter nach vorne. Ja. Komm schon. Zeig's mir. Sehr schön. So. Jetzt haben wir hier vorne noch so ein paar Spasten. Einmal Nummer zwei. Hey Joe, los jetzt! Ja, Kumpel, ich bin dabei. Tony, mach keinen Stress. Ich bin hier mit dem Ballerar weich. Also, ne. Irgendwie treffe ich den da drüben nicht. Kann man uns hier vielleicht rumdingsen? Geht das? Es geht natürlich nicht. So, komm. Wir nehmen uns mal hier eine andere Waffe. Und stürmen da einfach mal rüber. Wo bist du? Hallo! So. Geht doch. So, einspart. So.